So ultra geil sein. Also ich muss noch mal vier vom Haken holen. Ich bin jetzt diese Runde mal extrem vorsichtig. Ja. Ich halte mich zurück. Ich gehe an die Jens. Du hast nur die Jens zu machen. Wow. Anweisung von Chef. Doktor? Fuck ey. Ey sie nennen wir her. Glaube ich. Ja. Oh fuck. In dem Moment, wo er mich geschlagen hat und mir den Sprintboost hat, habe ich den Joystick für den Knüppel verloren. Ich liege in der Palette und keiner ist da auch. Das ist ja blöd. Der Doktor ist meiner Meinung nach OP. Ich gehe jetzt mal weg. Ey das warst ja gar nicht du. Nein. 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 Ich gehe jetzt mal weg. Ich gehe jetzt mal weg und dann sag ich ihn einfach weg. Aber ich gehe hinter mir. Und du meinst nicht die Blase. der fall ging gerade entgegen dem uhrzeigersinn habe ich auch gehabt das ist ja heftig alle mein gott Ich werde jetzt den Kack-Chen schaffen. Oh, hi. Ich habe keinen Sprint-Boost mehr. Okay, Leute. Geradeaus habe ich einen C-Chen angefangen. Geradeaus, links. Links. Oh Gott, getreten. Oh, ich habe getroffen. Er hat überladen dabei. Oh, fuck, sorry. Hast du zwei Striche neben dir? Ja. Ja, auf Stufe 2 hast du dann rückwärts-Skill-Skill-Checks. Ja, aber ich komme ja von zwei in den Runden da. Oh, Mann, ey. Fuck, wieso ist er denn jetzt hinter mir her? Ich gehe zum C-Chen. Fuck. Ich bin jetzt auf Wahnsinn schon für zwei. Ich bin auf drei und da sind auch die Skill-Checks rückwärts. Übel, unkleiner. Oh, sogar überladen ist rückwärts. Alter. Was denn ist das für ein Add-On? Äh, weiß ich klar nicht. Ich glaube, die schillernde Königin. Ich muss mich jetzt richtig konzentrieren, ne? Gott sei Dank habe ich Energy getrunken. Oh, jetzt hatte ich einen normalen auf zwei. Geh weg. What? Nein, bleib hier. Ja, ich habe das doch nicht. Oder wird ein Aufregung. Yes. Oh, Keller. Das erste Keller-Party. Oh, hier ist ein Gem-Gut-Weid. Ich laufe zum Randy. Er ist hinter mir her. Oh, er trifft deine Wahl. Er folgt mir nicht, er ist weg. Ja, fuck, er ist hier bei mir. Oh, Gott, jetzt wollte ich mich heilen. Kannst du da vorne den Chen irgendwie weitermachen? Ne, ich muss sie, ich muss sie aus dem Keller holen. Der hat sich noch im Keller versteckt, da eine Dude da. Ach, Trottel. Oh, Entscheidungsschlag. Ich hatte ihn runtergeholt, ich fasse es ja nicht. Wie dumm ist der denn? Ja, weiß ich auch gerade nicht, doch. Warst du heute Auswärtsessen? Heute? Mhm. Nö. Okay. Nein, Mutti. Habe ja kein Pausengeld mitgekriegt. Ich gebe dir mal ganz Wickel. Aber weißt du, wo ich ganz viel Auswärtsessen gehe? Im Disneyland. Da gibt es McDonalds. 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 McDonalds mit Tee. Ja. McDonalds. So zwei. Geil finde ich, dass du nicht mehr zwischen den Attacken hin und her wechseln musst. Aber das ist natürlich auch echt heavy, wie unglaublich schnell du alles machen kannst, ne? Ja. Ah. Shit, Alter, ich bin noch one hit down. Bist du hinter dir her? Ja. Mann, ist er fucking schnell, ey? Der ist übelst schnell. Boah, ich habe es geschafft. Boah, one hit, kein Hand. Alter. Ah! 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 Oh mein Gott, ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Oh mein Gott! Ich mach jetzt hier den Ausgang auf, direkt neben mir. Karin, ey, oh mein Gott! Scheiße, ey, ich hab nur zwei vom Haken geholt. Kann sich nicht mal aufhängen lassen. Oh, bei mir ist jemand. Oh, hier ist die Luke. Fuck, er ist schon wieder hinter mir her. Wo bist du? Bei einem Ausgang. Er lässt mich noch liegen. Nein, Kraut zum Ausgang ist hinter mir her. Oh, war er daneben geschlagen? Fuck! Dani, jetzt hängt er in mich auf. Ich schaff's nicht. Okay, du Crouch raus. Mich nimmt er. Die Randys sind noch da. Ja. Was machen die? Oh! Ja, toll. Und jetzt? Bleib stehen. Achso, der hängt jetzt hier noch mal auf. Ja. Ja. Ja, tut mir leid, aber warum hat er mich denn ohne geliehen die Zeit jetzt rumgetolen? Ich finde, ich möchte jetzt mal wissen, was der, das war übrigens ein deutscher Killer. Aber der, der hat mich nicht getunnelt, das muss man echt mal sagen, ne? Ja. 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 Nein. Ja. ão